Hinter mir seht ihr den Sonnenuntergang in der wunderschönen Stadt Hamburg, der Blick aus meinem Abgeordnetenbüro und Zeit für ein neues Spielzeug. Ich nehme euch jetzt mal mit. So, ich komme jetzt hier gerade raus auf die Straße auf das Abgeordnetenbüro. Hi! Jam im Hintergrund. Versucht sich zu verstecken und nicht ins Spiel zu kommen. Wir gehen jetzt mal rüber zu einem Unternehmen, das auf Check endet. Weil, ich weiß nicht, ob euch das aufgefallen ist, aber wenn ich jetzt hier so laufe, wackelt das Bild ziemlich. Und wenn ich renne, würde ich wieder anfangen zu hecheln. Das heißt, die Atemtechnik wäre dann beim Sprechen ein wenig eingeschränkt. Außer müsste Ausschnitz ein bisschen. So ist besser. Und deshalb habe ich mir überlegt, naja, werdet ihr gleich sehen. Wissen Sie bitte eine Genehmigung. Okay, keine Chance? Keine Chance. Ich bitte, dass... Letzte Chance. So muss ich wirklich beschlagnahmen. Was wollen wir denn? Sie wollen die Kamera beschlagnahmen? Ich beschlagnahme. Schon ein paar Mal habe ich genug. Wirklich. Weil einige sagen, nee, haben Sie gar nichts. Ich habe Hausrecht hier. Und dann ist das Thema durch. So, jetzt seid ihr live dabei. Moin! Und? Bilder sind noch ein ganz anderer Stil, oder? Wow! Okay, es ist noch nicht völlig stabil. Okay, das war gerade ein kleiner Kahnstein. Und jetzt mal runter, testweise, zum Rathaus. Und da ist das Objekt der Begierde. Das ist schon echt Spaß, muss ich sagen. Und man kommt deutlich schneller voran, als man das vorher so gedacht hat. Nur Bremsen wird jetzt ein Thema. Jetzt mal auf dem Rathausplatz und drei, vier Runden drehen. So, Kamera läuft und Premiere auf dem Rathausmarkt. Wartung! Eigentlich wollte ich mir ein super portables Pennyboard kaufen. Problem ist aber, mit meinen riesen Flunken kann ich das Ding nicht richtig fahren. Insofern muss das jetzt doch dieses wunderschöne Gerät sein. Hinter mir das Rathaus. Genau, ein bisschen hecheln. Ein bisschen außer Kondition das Ganze. So, jetzt noch mal rüber zum Jungfernstieg. Kopfsteincluster. Man merkt erst jetzt, wie viel Kopfsteincluster hier überall in der Stadt ist. Unfassbar. Wunderbare Aufnahme. Und? Hahaha. Aber der Kahnstein. So, und jetzt hänge ich Cem ab. Wow. Ja, nur noch ein kleiner Punkt. Das ist wirklich der Vorteil. Von diesen wunderbaren kleinen Hilfsmitteln. Einfach echt fun. Hinter mir, völlig egal. Das geht um Werder Aufnahme. Das geht um Werder Aufnahme. Die Nummer war mir denn doch einer zu gefährlich. Ja, das packt schon mal ganz anders. Ganz ruhige Aufnahmen. Okay, ich muss jetzt noch ein bisschen Kondition aufbauen. Ich bin ehrlich, am Ende bin ich doch ein bisschen am hecheln. Aber der Hintergrund müsste ziemlich abgehen. Wunderschön hier an der Außenalze. Schaut mal. Schaut mal. Schaut mal. Schaut mal nicht. Zweiter Versuch. Vielleicht komme ich jetzt heil unten an. Und? Kurve. Kurve. Uh. Halleluja. Aber? Heil unten angekommen. Ja, das kommt. Das kommt. Das läuft. Ich würde sagen. Seht ihr? Junkanschik in Alza. Hammer geil. Ach, sieh an. Guck mal. Hallo Jem. So. Diese Aufnahmen. Schaut mal. Der meditiert da. Macht komplett keinen Sinn. Aber Spaß. Auf dem Skateboard ins Hamburger Rathaus mit wahnsinnig viel Spaß. Tschüss für heute. Tschüss Peter. Jem komm. Ne, ich maul mich jetzt. Ja, darum geht's auch ein bisschen. Komm schon. Gar nicht.